Wir begleiten Mutter, Vater mit ihren jeweiligen... Ja, in dieser Geschichte geht es darum, dass eine Familie, Mutter, Vater und ihre drei Töchter und beziehungsweise auch die Ehemänner oder die Freunde... Kompliziert. Ja, bevor wir mit dem Video starten, schreibt mir gerne die Kommentare, was habt ihr gelesen? Habt ihr schon einen neuen Autor oder neue Autorin für euch entdeckt? Gibt es ein Highlight in diesem Jahr schon für euch? Würde mich sehr freuen, wenn wir ein bisschen in den Kommentaren uns austauschen könnten, falls ihr Lust habt. Hi ihr Lieben, herzlich willkommen zurück im Bücherland und ich freue mich gerade richtig hier zu stehen und mit euch schnacken zu dürfen. Es ist eine Weile her, seht es mir nach. Ich versuche zu drehen immer mal wieder, aber aus gesundheitlichen Gründen komme ich dem Ganzen gerade nicht so nach, wie ich das gerne hätte, aber ich freue mich gerade umso mehr, dass es heute passt, die Sonne scheint und ich zeige euch heute nämlich nicht nur die Bücher, die ich im Januar gelesen habe, sondern auch die Februarbücher und darauf freue ich mich sehr. Es waren ein paar Highlights dabei schon zum Jahresstart. Macht es euch gemütlich und legen wir los. Richard Layman, die Insel, habe ich in einer Leserunde gelesen mit einer ganz lieben Zuschauerin und Richard Layman und ich, das ist so ein Phänomen, das ist so eine kleine Hassliebe. Ich kann es gar nicht anders sagen. Richard Layman schreibt Horrorgeschichten, würde ich sagen. Schon wirklich Horrorgeschichten, in denen es viel um Sex geht, die sehr trashig sind, die sehr brutal und sehr blutig sind. Und Richard Layman schafft es auch, wirklich mich dazu zu bringen, beim Lesen oft die Augen zu verdrehen. Jetzt fragt ihr euch, warum greife ich dann dazu? Warum greife ich jetzt schon das dritte Mal zu Richard Layman? Weil hier auch eben ganz viel passiert, was mich einfach gut unterhält. Ich kann es nicht anders sagen. Es ist immer spannend, man möchte wissen, wie es weitergeht, wie es ausgeht. Es hat so diesen gewissen Flair, der mich einfach packt. Auch wenn ich sagen muss, dass Richard Layman ist sich oft selber verbaut mit unglaubwürdigen Figuren. Also die handeln dann oft, wo ich mir denke, das kann ja jetzt nicht dein Ernst sein, Layman. Das kann doch nicht dein Ernst sein, dass Figur XY jetzt natürlich in dieser Gefahrenzone sexuell erregt ist oder dann auf einmal anfängt mit einem Stief so rumzumachen und, und, und. Also so Momente, wo ich mir denke, das hätte es gar nicht gebraucht. Ich muss sagen, nachdem ich mich nach dem ersten Buch so ein bisschen davon im Schock erholt habe, dass es wirklich sehr viel um Sex geht, kann man sich darauf einlassen und das einfach so ein bisschen genießen. Nicht den Sex in den Büchern, sondern den Rest der Geschichte. Also wenn man vorbereitet ist und sagt, okay, trotzdem lese ich es gerne, weil es halt spannend ist und weil es für mich irgendwie immer so einen gewissen Schrecken mit sich bringt, der mir gefällt und das geht mir so, dann kann man das Ganze schon genießen. Und ich muss sagen, die Insel hat mir gut gefallen, bekommt von mir 3,5 Sterne, weil hier eben auch wieder ganz viel drin ist, was mich super unterhalten hat. Das Buch geht auch direkt rasant los. Wir begleiten hier eine Familie in Form von Mutter, Vater, den drei Töchtern und den beiden Ehemännern bzw. dem Freund. Und es geht direkt los, die Urlaubsjacht explodiert. Ja, und dabei stirbt einer der Ehemänner, der Töchter, schon direkt am Anfang. Und sie sind jetzt in folgender Notlage. Sie wissen nicht, wie sie von dieser einsamen Insel, wo sie sich so ein bisschen in der Sonne braten wollten, wegkommen. Sie haben das Glück, dass sie einige Vorräte plündern können und große Sorgen machen sie sich erstmal nicht, weil sie denken, okay, wir haben bestimmt einige Leute, die uns da vermissen werden und so ganz abgeschieden ist man nicht, weil man doch zu anderen Inseln rüberblicken kann. Aber man kommt eben nicht weg und diese Insel ist scheinbar unbewohnt. Und dann folgt direkt der nächste Schrecken, denn ein weiteres Familienmitglied wird brutal ermordet. Und dann fragt man sich natürlich, was stimmt hier nicht? Wer steckt dahinter? Ist es einer der Familienmitglieder selber? Ist die Insel vielleicht doch nicht so unbewohnt, wie man glaubt? Und das Ganze war schon sehr rasant und das kann Richard Lehm einfach rasant erzählen, schnell erzählen. Auch wenn ich sagen muss, zum Ende hin hatte das Buch hier tatsächlich ein paar Längen, die ich nicht gebraucht hätte. Aber es ist schon spannend, dieses ganze Szenario. Ja, im Mittelpunkt steht hier der Freund einer der Töchter und Rupert heißt er. Und der Ganze erzählt das hier in Tagebuchform, mehr oder weniger. Seine Erlebnisse mit den schönen Töchtern und der wunderschönen Mutter auf der Insel. Rupert denkt sehr oft an Sex. Er ist 18 Jahre alt und selbst in den mysteriösten und schwierigsten Situationen bekommt er hier und da eine Erektion. Das ist halt Laman. Da denke ich mir auch, warum musst du jetzt, während du da eine Leiche siehst, gleichzeitig aber eine Erektion bekommen, weil die Mutter so schön ist. Das klingt sehr abgespaced, ist es auch. Man muss sich darauf einlassen, wenn euch das Ganze hier nicht abgeschreckt hat, ist die Insel auf jeden Fall eine Empfehlung. Es geht heiß her, es ist sehr actionreich und einfach spannend, weil man nicht weiß, wer steckt dahinter zunächst. Und auch wenn man es dann sehr schnell erfährt, geht es einfach rasant weiter. Wie überlebt man? Wie schließt man sich zusammen? Wie kann man überhaupt sich auf dieser Insel weiter schützen? Und das war ganz schön actionreich. Zum Ende hin hat mir das ganz gut gefallen. Da geht das Buch nochmal Fahrt auf und es kommt auf jeden Fall zu einem Twist, der mir gut gefallen hat. Deshalb 3,5 Sterne. Aber machen wir schnell weiter. Richard Lame ist einfach eine Kost für sich und es hält mir unheimlich schwer, darüber was zu erzählen. Also ich kann mich total verstehen, wenn ihr jetzt da steht und sagt, ey Sarah, also das brauche ich nicht. Aber für diejenigen, die Grusel und Horror mögen, ich finde es schon gut. Dann kommen wir zu einem Buch, was bei mir auch wirklich für Verwirrung gesorgt hat, von Tess Gerritsen, Das Schattenhaus. Ich mag Bücher einfach, in denen es um ein Rätsel geht, in dem ein Protagonist oder eine Protagonistin ein, ja mehr oder weniger, eigenes Abenteuer erlebt. Und ich mag auch das Setting Einsames Haus sehr. Und genau das hier, genau dieses Setting finden wir nämlich in Das Schattenhaus. Jetzt kommen wir zu einem Buch, was wirklich für Verwirrung in meinem Kopf gesorgt hat. Ich habe mit etwas gerechnet, was sich dann aber ganz anders entwickelt hat. Also wenn man erstmal liest, Das Schattenhaus, dann denkt man, okay, es geht um ein einsames, gelegenes Haus. Man muss vielleicht auch ein Rätsel lösen, es passieren mysteriöse Ereignisse. Und das sind die Geschichten, die mir einfach ganz viel Spaß machen. Und ich sag mal so, die Geschichte hat sich wirklich anders entwickelt, als ich zunächst dachte. Es geht hier um Ava und Ava ist Autorin und schreibt Kochbücher. Ja und diesmal beschäftigt sie sich einfach mit alten Gerichten. Was hat man damals kochen können, wenn man nur wenig Zutaten hatte? Und dafür flüchtet sie in ein Herrenhaus nach Maine. Und dieses Haus hat eine ganz besondere Geschichte, denn ein ganz berühmter Kapitän hat in diesem Haus gelebt. Er ist umgekommen und dieses Haus wurde dann weiter vererbt. Und es hängen noch alte Gemälde unter anderem von ihm in diesem Haus. Also das Haus hat so eine ganz eigene Geschichte. Der Kapitän ist auch recht berühmt und man kann auch einiges von ihm nachlesen in dem hiesigen Museum, in dem Ort. Und dann geht es skurril weiter, sag ich euch. Ich sag mal so viel, das muss ich einfach erwähnen. Wir treffen hier auf einen Geist, der in diesem Haus lebt. Und man weiß nicht, ist der wohlgesonnen oder nicht. Und Ava wird damit sehr schnell konfrontiert. Es passieren komische Dinge. Sie riecht immer mal wieder das Meer und dann taucht er auf, unser Kapitän. Und dann starten die beiden eine Liebesgeschichte. Und damit habe ich nicht gerechnet. Ich finde auch Avas Reaktion schon sehr merkwürdig. Sie sagt sich dann, okay, ich habe jetzt hier eine heiße Affäre mit dem Geist, aber eigentlich bilde ich mir das bestimmt nur ein, denn Ava flüchtet sich auch hier und da mal in den Alkohol. Und das war für mich, das war für mich wirklich ein bisschen unglaubhaft und auch ein bisschen, das hat für mich einfach nicht gepasst. Also man kann jetzt so auch über die Geschichte, Liebesgeschichte zu dem Geist sagen, was man will. Aber wenn man da schon das eingeht und sich dann aber immer wieder ausreden will, dass das ja eigentlich gar nicht möglich sein kann, das hat mich ein bisschen gestört und auch genervt, wenn ich ehrlich bin. Nichtsdestotrotz habe ich es gelesen. Ich bin von Tess Gerritsen ein bisschen enttäuscht, weil es ist auch ein relativ aktuelles Werk. Und ich weiß einfach, was sie sonst auch für tolle Geschichten schreiben kann. Nichtsdestotrotz ist es gut geschrieben. Es hat Spaß gemacht, so in diesen kleinen Ort irgendwie einzutauchen. Aber das Ganze war für mich nicht so rund. Deshalb 2,5 Sterne. Und jetzt kann ich euch sagen, kommen drei Highlights, die ich in diesem Jahr schon entdecken durfte. Ein bisschen weiter unten mit vier Sternen ist Atme. Und Atme war wieder ein sehr rasanter, sehr raffinierter Thriller. Ich habe Judith Mörschen letztes Jahr entdeckt und habe Schweig von ihr gelesen mit der lieben Lina von Lina Laune Bücher. Falls du zuguckst, ganz liebe Grüße an dich. Ich liebe es mit dir, solche Thriller zu lesen. Wir haben immer viel zu knobeln und es macht einfach Spaß, sich auch über so eine Art von Büchern auszutauschen. Und Atme hat mir gut gefallen, kommt für mich nicht ganz an Schweig ran. Aber jetzt erzähle ich euch erstmal, worum es hier geht. Es geht um Nile und Ben. Die beiden führen eine Liebesbeziehung. Und die Geschichte startet damit, dass beide sich einen schönen Tag machen. Sie gehen spazieren und dann sieht plötzlich Nile ein ganz tolles Kleid und geht in eine Boutique hinein. Sie kommt mit dem Kleid wieder raus und bemerkt, Ben ist plötzlich verschwunden. Er ist weg. Und dann geriet Nile wirklich in Panik. Sie wirkt schon fast manisch. Sie versucht ihn zu erreichen. Sie läuft die Straße ab, weil sie denkt, er muss ja in einem Unfall verwickelt sein. Warum sollte Ben plötzlich weg sein und auch nicht mehr an sein Handy gehen? Da merkt man schon, dass mit Nile vielleicht, was nicht stimmt, will ich nicht sagen, aber dass Nile auf jeden Fall gewisse Sachen zu verarbeiten hat, dass sie direkt so reagiert in dieser Situation und dass sie auf jeden Fall auch ein Geheimnis birgt. Und das Ganze war natürlich schon wieder spannend. Nile nimmt dann Kontakt mit Bens Ex-Freundin auf und die sagt dann, dass Ben wahrscheinlich vor dir geflüchtet ist. Und deshalb weiß man auch nicht ganz, in welcher Beziehung standen denn Ben und Nile zueinander. Hatten sie eine gesunde Beziehung? Oder so wie die Ex-Freundin sagt, hat Nile Ben unterdrückt, eingeengt und ist er deshalb vor Nile geflohen. Man weiß es nicht. Und dann plötzlich folgt Nile der Ex-Freundin, der Ex-Frau zu einer Wohnung und die scheint Ben zu gehören. Wir wissen nicht, hat Ben sie gemietet, um vor Nile zu flüchten. Warum ist Ben aber dann in dem Fall auch nicht in der Wohnung? Und Ex-Frau und jetzige Freundin namens Nile machen sich auf den Weg und wollen Ben suchen und wissen, irgendwas stimmt hier nicht. Und das mag ich einfach an Judith Mörschen, dass man oft nicht weiß, wem kann man hier glauben, wem vertraut man jetzt. Hört man auf die Worte von Nile, die sagt, wir hatten wirklich eine sehr schöne innige Beziehung oder aber vielleicht auch der Ex-Frau oder Bens Freunde, die alle sagen, Nile, du hast ihn unterdrückt, du hast ihn manipuliert. Und das Ganze mag ich einfach. Judith Mörschen braucht nicht viel. Die braucht einfach nur eine Geschichte, die vielleicht aus zwei Perspektiven erzählt wird. So war es auch bei Schweig. Und sie schafft es einfach gut, den Leser zu verwirren. Es ist wirklich ein raffiniertes Spiel, sehr psychologisch aufgebaut und spielt einfach auch so mit gewissen Traumata, die man haben kann, die man vielleicht nicht verarbeitet hat. Hier ist auf jeden Fall eine Triggerwarnung auszusprechen. Es geht auch um übergriffige, sexuelle Übergriffe zum Teil. Und das möchte ich ganz klar sagen, darauf müsst ihr vorbereitet sein. Ich finde das Ende schwierig. Ich muss das wirklich erst mal sacken lassen, wie ich das Ende finde. Aber ich sage mal so, das Ende hat jetzt nicht dazu geführt, dass ich sage, okay, das ist jetzt vier Sterne wert. Ich hätte es mir auch anders vorstellen können, aber der Weg dahin hat einfach so viel Spaß gemacht wieder. Und Judith Mörschen ist auf jeden Fall eine Neuentdeckung von mir. Und ich weiß, dass Lina auch ganz begeistert war wieder von dem Buch. Jetzt würde ich gerne noch ein bisschen spoilern zu dem Buch Atme, denn mir brennt was auf der Seele. Ich finde es manchmal schwierig, Bücher zu bewerten, ohne auf gewisse Details zu genau eingehen zu dürfen, denn man möchte ja nicht spoilern. Also wenn ihr das Buch noch lesen wollt, dann gebt jetzt mal weiter bis hierhin. Ich fand es ganz schwierig am Ende, dass Nile sich wahrscheinlich durch ihre psychische Krankheit oder durch ihren Wahn selber eingeredet hat, dass Ben noch am Leben sein muss. Dass sie einfach mit ihrer Vergangenheit so weit nicht abschließen konnte, dass sie so traumatisiert ist, dass sie diese Verlustangst auf Ben projiziert hat und ihn nicht gehen lassen konnte und ihn deshalb lieber umgebracht hat. Also so habe ich das Ende auf jeden Fall verstanden. Und ich habe schon öfters über den Punkt gesprochen mit anderen Booktubern, wie ist das eigentlich, wenn eine Figur sich selber in Büchern was vormacht? Ist das glaubwürdig? Und ich finde es hier eigentlich okay, weil Nile halt wirklich krank ist und sie das selber sich so einredet, dass sie sich das glaubt. Also es ist jetzt nicht so, als würde Nile uns die ganze Zeit das vorenthalten. Deshalb konnte ich mich mit dem Ende dann doch noch anfreunden und ja, ich mag einfach diese Art von Erzählweise von Judith Merchant, wie es aufgebaut ist und ich freue mich auf weitere Werke. Kommen wir zu einem Buch, was ich von der lieben Carla von Buchmomente geschenkt bekommen habe. Und Carla, ich kann dir gar nicht genug danken. Dieses Buch hat meine Swiller-Lust wieder entfacht. Die hat meine Liebe zu Swillern wirklich neu entdeckt. Das war einfach ein ganz ganz runder, toller Swiller. Jess und Heather kennen sich von Kindheit an und wurden beste Freunde und ich glaube wir alle kennen das. Es gibt so eine Zeit im Leben, die ist vielleicht nicht lange, aber dafür sehr intensiv und das sind gerade solche Freundschaften, finde ich, können sowas sehr gut ausdrücken. Jess und Heather waren, glaube ich, zwei Jahre lang sehr innig, haben viel geteilt und dann ist aber etwas passiert, was die beiden Freundinnen auseinandergebracht hat. Ja und Jess ist auch weggezogen, arbeitet zurzeit als Journalistin und erfährt dann, dass ihre damalig beste Freundin Heather angeblich bei Tag zwei Leute erschossen hat und danach sich selber in den Bauch, glaube ich, geschossen hat, auf jeden Fall sich selber verletzt hat. Sie liegt nun im Koma und Jess möchte dem Ganzen nachgehen, möchte wissen, was ist mit ihrer Freundin passiert, was kann sie dazu bringen, wirklich zwei Menschen einfach so zu erschießen, was für eine Geschichte steckt dahinter. Man muss dazu sagen, dass Jess damals ihre Schwester verloren hat, die ist von heute auf morgen spurlos verschwunden und deshalb kriegen wir auch noch auf einer anderen Zeitebene erzählt, wie das damals dazu kam, dass Hessas Schwester verschwunden ist und das hat mir am meisten Spaß gemacht, in diese Zeit einzutauchen der 90er Jahre. Die Schwester hat sehr viel auf dem Jahrmarkt rumgehangen, hatte ihren ersten festen Freund und ist dann von heute auf morgen plötzlich spurlos verschwunden. Das Ganze scheint auch irgendwie miteinander zusammen zu hängen, aber das ist so rund erzählt, es gibt hier und da nochmal den einen oder anderen Twist, der mir sehr gut gefällt. Ich finde, die Charaktere wurden wunderbar dargestellt, ich konnte mir alle sehr gut vorstellen. Es wurden hier und da auch mal falsche Fährten gelegt, das Ganze war aber für mich wirklich rund, war nicht zu viel, hat Spaß gemacht und das war einfach eine ganz, ganz tolle Geschichte, die hier auf uns wartet. mit dem einen oder anderen Twist auch am Ende, der mir sehr gut gefallen hat. Das ist einfach ein Grund, dass Sula, ihr merkt es schon, der ist spannend, tolle Figuren, ein Erzählstrang, der mir unwahrscheinlich viel Spaß gemacht hat, eben weil es so glaubhaft erzählt wurde, finde ich. Also auch dieser 90er Jahre Vibe kommt hier sehr gut rüber und mehr will ich gar nicht erzählen. Wer da was dahinter steckt, wir gehen auf jeden Fall mit Jess zusammen auf Ermittlungsjagd und versuchen den Fall zu lösen und dabei wird auch so das ein oder andere Geheimnis von Jess gelüftet. Wir erfahren, warum die Freundschaft damals zu Bruch gegangen ist und ich kann nur sagen, fünf Sterne, Leute. Fünf Sterne! Hier geht eine weitere zauberhafte Reise weiter und zwar nach Nevermoor Band 2. Ich will gar nicht so viel erzählen. Ich habe das Buch einmal schon begonnen und gemerkt, ich bin nicht in der richtigen Stimmung dafür. Man muss für Nevermoor bereit sein, man muss sich dem Wunder stellen können, man muss wirklich ganz frei im Kopf sein, nicht weil es so kompliziert erzählt ist, ganz im Gegenteil. Einfach damit man diese wunderbare Welt von vorne bis hinten genießen kann. So ging es mir und jetzt macht es einfach so viel Spaß. Ich bin durch die Seiten geflogen, sage ich euch. Und es geht hier einfach darum, dass Morrigan jetzt im zweiten Band ihren Platz in der wundersamen Gesellschaft gefunden hat und dass verschiedene Figuren, Menschen, Tiere in Nevermoor plötzlich verschwinden. Und wie man Morrigan kennt, sie ist unternehmungslustig, sie ist abenteuerlustig und möchte dem Ganzen mit ihrem großen Herz auf den Pferden liegen. Das war kein guter Satz. Und Morrigan, wie man sie kennt, abenteuerlustig mit dem Herz am rechten Fleck, möchte natürlich wissen, was ist denn mit diesen Menschen in Nevermoor passiert. Und sie stößt auch dann plötzlich auf eine Situation, die sehr gefährlich ist. Ich muss sagen, generell schwebt hier schon sehr viel Gefahr mit, ist ganz spannend, auch teilweise wieder düster, aber dann auch wieder sehr lustig. Also diese ganze Mischung an Emotionen und Figuren ist einfach zauberhaft. Deshalb ist Nevermoor eine absolute Empfehlung von mir. Jetzt kommen wir zu einem Werk, was mich schon enttäuscht hat, muss ich sagen. Die Rede ist hier von Roostwear, das Chalet. Aber erst mal, worum geht es in das Chalet? Die Mitarbeiter einer Social Media Group machen Urlaub in einem französischen eingeschneiten Luxusschalet. Und plötzlich sind sie komplett von der Außenwelt abgeschnitten und einer nach dem anderen wird ermordet. Ich mag dieses Setting ganz gerne, wenn man an einem Ort gefangen ist und man weiß, man ist zusammen mit einem Mörder eingesperrt. Das hat so eine ganz gefährliche natürlich auch Dynamik und erzeugt sehr viel Spannung. Ja, vielmehr möchte ich gar nicht sagen, wer dahinter steckt. Ich fand, man konnte es wieder gut lesen. Wir begleiten auch hier die beiden Angestellten des Chalets, die mir sehr sympathisch waren, nicht gut gezeichnet fand und bekommen so die Geschichte so ein bisschen auch unter anderem aus der Sicht erzählt. Jetzt gibt es hier aber ein Manko nachher. Und zwar verheimlicht hier eine Person etwas vor dem Leser. Und da kann man sich natürlich fragen, wie glaubhaft ist das, dass Person XY sich die ganze Zeit selber belügt oder uns zumindest in ihren Gedanken oder seinen Gedanken nicht so teilhaben lässt, dass wir als Leser wissen, worum es da eigentlich geht. Ist kompliziert ausgedrückt. Ich hoffe, ihr könnt mich folgen. Es ist natürlich spannend, weil wir dann miträtseln können und den oder die Mörderin verfolgen, ohne es zu wissen. Aber andererseits, wie glaubhaft ist das? Ich fand es aber hier okay gelöst, weil Gedanken so geäußert hat, dass man das jeweils interpretieren könnte als okay oder da stimmt doch was nicht. Und das ist ja auch eigentlich gut, weil man dann als Leser wirklich auch ein bisschen miträtseln kann. Es war mir nur zu schnell zu ersichtlich. Ich hätte mir dann noch den ein oder anderen Twist gewünscht. Nichtsdestotrotz hat es mich gut unterhalten. Kann man lesen. Bekommt von mir drei Sterne aus diesem Grund. Aber da wäre mehr drin gewesen, glaube ich. Da wäre ein bisschen mehr drin gewesen. Mehr Potenzial gehabt. Das Ganze trotzdem ist gut geschrieben. Lieben, ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen die Bücher vorstellen, die mir sehr viel Spaß gemacht haben. Ich merke, ich bin ein bisschen aus der Übung. Und schreibt mir gerne in die Kommentare, welches der Bücher hat euch ebenso begeistern können. Wo seid ihr vielleicht ganz anderer Meinung? Und dann bleibt bunt gerne. Bis zum nächsten Mal.